Danke für die Scherze. Ich habe etwas Gutes für dich. Da war ich mir ehrlich und hättest das irgendeinen Unterschied gemacht, Markus? Cool. Cool. Ähm, ja. Was ist das? Kontrolle? Danke. Mein Kring für dich ist dies. Take that. Einspruch. Empfehlungsschreibenbehalten. Was? Die Gaulai-Armee sucht wieder in den Sudruinen. Ich habe einen Besuch mit zwei Personen arrangiert. Wow. Wirklich? Danke, Mr. Kurator. Ist das nicht toll, Justin? Justin? Justin, ich hab's. Du sagst ständig, dass du den Sudruinen wolltest. Paff, paff. Ich bin froh, eure Gesichter zu sehen. Zeig dieses Empfehlungsschreiben und die Armee wird dich durchlassen. Justin. Durchlassen, Justin. Du kannst selbst daraus finden, ob der Geister schnell echt ist oder nicht. Äh, äh, okay. Äh, und was sagst du jetzt? Es ist gut, wenn junge Menschen begierig sind, etwas zu lernen. Die Sudruinen sind den Nordwesten vom Paaren. Benutzt den Brief, ohne hineinzukommen. Auf, los, geht! Nordwesten, das merke ich mir wahrscheinlich sowieso wieder mal nicht, weil ich blöd wie Bohnenstrop bin bei sowas. Ich kann mir solche Angaben in fünf Minuten merken und dann nie wieder. Weil ich müsste mal sowas aufschreiben, aber irgendwie, da hab ich nicht Lust dazu. Das ist das Problem. Wenn es dann nicht so ein Genre gibt, dann hab ich mal ein Problem. Wenn in Plains getommelt alles aufgeschrieben werden würde, dann hätte ich das Elf der Quest schon vergessen. Dann haben wir lange, müsste ich noch geladen. Das große Farm auch wieder nicht. Puh, wir haben es geschafft. Glaubst du, wir sind unbemäckig entwischt? Oh, die hikarische Statue! Ich war gerade fällig mit der Reparatur! Oh oh, jetzt ist mir in der Tinte. Was sollen wir jetzt tun? Sollen wir zurückgehen und uns einfach entschuldigen? Vielleicht der Salz, der Kurator. Wer war das? Jetzt muss ich Tag und Nacht arbeiten, um sie zu reparieren. Unmöglich. Wenn wir jetzt zurückgehen, wird er uns das Empfindungsschreiben wegnehmen. Stimmt. Es tut mir leid, wenn du Kurator, aber lass uns später. zurückkommen und uns entschuldigen. Oh, Mann. Nordwesten. Im rotesten Norden, glaube ich. Dann riecht man das Norden aus. Äh, äh, äh. Einmal ist im Norden. Ähm, im Nordwesten. Ähm, Süden, Osten, Westen, Nordwesten, links oben. Glaube ich zumindest mal. Warte. Ey. Nein, 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 nein. Du, 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 du. Du, 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 wahrscheinlich da, hm? Denk mal zumindest mal. Macht jedenfalls Sinn. Du, 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 ne, 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 ne. Vorher geht mal kurz speichern. so mal mache ich für speichern so dann spiele ich schon insgesamt zwei stunden was da muss ich die sachen ja aufheben stimmt nicht da ist das ist der geister stein das ist wie eine art chip oder sowas im brief im brief vom kurator für zugang zu drehen das ist ein denken an seinen fahrer weiß ich ob ich gehen ich nehme ein bisschen was ab in den koffer hofer staunen so schürze topf deckel das erscheinen empfehlung schreibe halte ich und tolle bitte selbst nicht aus danke so okay okay ach nee das wird so angezeigt okay ap ist es zu okay verstehe ist sie ähnlich wie in also in der haben ich habe in der weile ww gespielt haben nicht so lange und ich sehe nicht wirklich viel da hatte ich eine wo die taschen schöne angesagt wurden und auch welche slot zu welcher tasche gehören so was dann die relativ cool ich habe auch nur bis 10 gespielt ist für mich wirklich lange weil ich bin halt nicht mehr so zu der fan von mmos von daher naja du 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 wahrscheinlich muss ich das sagen es ist zufriedlich hier die garlei truppen müssen nicht viel wenn sie in paren um sitzen ruinausgaben ist keine arbeit für soldaten zu daten sind jetzt ziemlich unnütz hätte techniker werden sollen gehört auf den neuen kontinent enden sehr würden die gearleiterung gebraucht da muss ich wahrscheinlich doch runter dann über die straße da über dieses andere neue gebiet und dann kann ich wahrscheinlich sind die ruinen denke ich mal mann obwohl es für mich eigentlich um jetzt macht eigentlich was sind dass man da die hälfte durch das tor gehen können meine meinung nach aber na gut wenn das spiel nicht will dass ich so durch würde ich habe nicht extrem müssen oder extra wo sie nicht gemacht habt na egal so machen der straße und ach das sind zu drüben okay ich muss durch die mann der straße marina nicht mana marina ach das ist ein dungeon aha ok ok wie war das das ist jetzt dann ist das jetzt der ausgang aber die musik klingt schon mal cool tipp begegnen mit monstern berühren eines monsters startet den kampf geschicktes berühren des monsters bringt einen kampfvorteil ja ok wie immer aber es ist günstig in einer gruppe von monstern das hinterste zu berühren achte auf monster farben wenn man sich das nicht rot gerichtet hatte ich noch nicht gesehen wenn du es berührst bevor du gesehen worden bist hast du die initiative versuche ungesehen herren zu kommen du kannst auch in einem hinterhalt geraten und dem nachteil sein wenn ein verbündeter von hinten berührt wird und das ist eigentlich sehr viel aber egal speichern einfach mal die musik ist cool das ist ein bisschen nach so einer ACM-MMO bin ich irgendeiner meinung aber auch bestimmte lieder in grander 2 klicken von der ACM-MMO hat vielleicht eventuell der muss man kurz die Kontrolle hinlegen hat vielleicht der der ähm der der Komponist auch für diverse ACM-MMOs was gemacht ok guck mal gut dass ich keine random encounter gibt und leider gib 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 Unterhaltung oder was ja super fängt euch gut an machen der Käfer ähm ok was kombi kritisch technisch Zauber Gegenstände Taktiken fliehen zeigen ähm angreifen Aktion Status mhm was ist kritisch keine Ahnung keine Ahnung ähm du hast der Puffy Wurf hast du SP8 angreifen ein Feind durchwerfen von Puffy rara halt in kraft an der KT-P-Gruppe ok zauberst du noch keine aber Techniken aber ich würde sagen das ist Kombi ok ähm das ganze System verwert mich jetzt schon ein bisschen hätte ich gesagt ok Gold 6 Gold Gegenstände keine Waffe plus 10 Feindlichkeit ok Feuer Wasser Wind Erde Waffe Erfahrung es bruchte 2 von heißt es 2 von 6 soll ich bisher auflevelt oder was ne 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 also muss ich erstmal nachgucken oh das hat mich das hat mich entschuldigt verwirrt oh man ähm Status ne 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 erframtererfahrung nächste ah ok ja ok das hat mich nicht geholt irgendwas Gold wahrscheinlich eh he 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 ne franchen so nicht so nicht du bist dran die 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 wahl man das ist doch Herr Png komplett haha ähm ne ich glaube das sind kein welchen spiel sind zurückkommen ne gut ihr auch gott das sind ja vier ehliger du greifst den an ähm 18 schaden sehr schön und du treibst den nach vorne an einfach mal so alter geil die idee kann man als mich bewegen nehmen weil ich glaube nicht oder den sie jedenfalls nicht aus die kreis in der jetzt an ist ja wirklich sehr hektisches kreis aber dann gut die ddd die waren dass ich mal immer so hin und her das wird ein bisschen ja manne gut hey hey es ist okay die gegenstände erfragungspunkt der sechsten okay okay wie fuchs sind das ist genau mit den ausrüstung technik wo war das status war für stupeis erfahrung 30 wird mir aber nicht angezeigt wann ich auf level oder sie die passen so aus nun gut die dddd ok gibt es keine karte schade naja mehr so gut gewesen für mich die risper die fücher die dicked die ddmann käfer dann hat es das hier auch an solts die 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 wunsch ist das Das ging schnell. Wir müssen wissen, wie sich das Ganze sich noch ermittelt. Jetzt muss ich jetzt mal nicht umschloch werden. Waffe plus 10. Ferti. Heißt das, dass er mit... Aus der Anzeige werde ich nicht ganz schlau. Irgendwie, die ist ziemlich komisch. Aber na gut. Na gut. Was ist das? Es greift mich das hier auch noch von hinten an. Tausend Füßler, das ist schlecht. Schlecht. Ähm. Das ist nicht, wenn ich kritisch mache. Und es gibt irgendwelche Viecher an... An... An Spine. Auch Adam, die für HP 32. Schlecht. Kritisch. Triff wahrscheinlich weniger, denke ich mir mal, oder so. Keine Ahnung. Abbrechen. Abbrechen. Hm. 16. Das ist ziemlich... Bleibt's den da an? Ähm. Ein bisschen sehr... Durcheinander. Bis jetzt. Ich bin sowieso... Ähm. Irgendwie... So ein Fein. Fein der Fantasy ATB lieber. Und so ein Durcheinander. Wie hier. Aber ich bin nicht bestimmt noch dran. Naja. Schon wieder ein Käfer. Hallo. Spiel. Ähm. Hallo. Ach jetzt. Keine Ahnung, wo ist der sich jetzt aufgegangen hat. Schau mich. Ähm. Passiert das jetzt nicht noch mal? Also ähm. Makros kann man am besten mal erklären, was hier der Unterschied zwischen Kombi und kritisch ist. Hier. Verteidigung ist ja klar. Zeigen ist... Was ist zeigen? Ähm. 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 Ähm.